So, viertes Video für zirkuspädagogik.de. Eindrücke vom Coburger Theater- und Zirkusfestival aus Coburg. Einfach ein paar Eindrücke, die wir gesammelt haben. Hauptsächlich lustige bis bescheuerte Ideen. Sehr zu empfehlen ist das mit der Weichbodenmatte. Falls vorhanden, unbedingt ausprobieren. Erheitenspaß. Direkt Luke. lunar springen und verte centro rechte Dumpen viele. Das freut mich richtig. Heißer Mund. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020